So Leute, Game Nummer 2 mit, yeah, Volume 1, Decks. Und ja, ich darf anfangen und ich denke mal, ich fange an mit einem Set und einem Set und dann ist der Gegner dran. Ja, unser Gegner hat letztes Mal, also unser BMW hat so viele 1-2er gezogen, das ist unglaublich. Vor allem jetzt auch schon wieder. Awesome. Das ist auch unglaublich. Der zieht die Dinger ohne Ende. Oh Gott, diese Hände. Nimm das. Was? Hier, 600 Attack ins Gesicht. Boom. Oh, ist das schlecht. Oh nein. Ich hätte den Defense Mode spielen sollen. Oh, 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 Traphole, Traphole. Oh ja, ja, Doppeltraphole, natürlich. Klar. Okay. Jetzt hätte ich erst mal einen. Zum Glück gibt es noch keinen Eintributer in dem Teil, es gibt nur zwei Tributer. Alter, are you serious? Wie viel ziehst du von dem Zeug? Ist ja unglaublich. Ist der ein Denk einfach zu schlecht? Nein, du ziehst einfach die ganze Zeit. Ich habe alle 1-2er drin. Oh. Are you kidding me? Hast du so viele Ausrüstungskarten drin, die du einfach mal setzt oder wird? Boah, Kurama. Nein. Du hast mal Ikurama getötet. Ja. Oh, Leute, es sieht nicht gut aus hier drüben. Wer benutzt auch ein schwarzes Loch für einen Mammutfriedhof? Woher will ich denn nicht rüberkommen? Also, mich kurz kalkulieren. Kannst du mich OTK'n? Es kommt drauf an, was du ziehst. OTK'n. Yay. Yay. Ach komm, ein schwarzes Loch ist hier auf 3. Was ist das für ein Problem oder was? Ein schwarzes Loch? Ist da nix? Boah, alle Beatsticks. Alle Beatsticks hier. Komm, Herz der Karten. Gib mir ein Monster. Was soll ich jetzt noch retten? Monster? Oder das hier. Nein. Ich hab einen auf der Startort gehabt, Mann. Oh Gott. Mein Deck ist so schlecht. Das ist unglaublich. Ich will nicht mehr. Nein, dunkelgrau. Ja, dunkelgrau. Gibt es überhaupt einen 900er? Äh, nein. Ich glaub nicht, ne? Wenn jemand 1000 hat, dann ist sofort Trapho. Ich muss das machen. Das ist so hässlich. Du willst ja die ganze Zeit mit Spells deine Monster wegkriegen, weil ich keine Monster ziehe. Und du die ganze Zeit. Yay. Nemuriko. Awesome. Hast du doppelfunken? Oh gut. Puh, damit lebe ich noch ein Zug. Yes. Yes. Fall in die Trapho. Fall in die Trapho. Los. Los. Yes. Nur Bluffs. Woo. Wir Trainer spielen noch. Jetzt der Karten ist mit dabei. Nimm nochmal 200. Bam. Das Ding spielt so... Es gibt so viel Space. Oh yeah. Oh yeah. Warte mal. Wie hieß das nochmal? You ran right into my trap, Yugi. It's a trap. Jetzt kommt Darkho. Oh, Alter. Endlich sind deine Monster mal alle. Das gibt's ja nicht. Gott. Wir schaffen das, Mammuts Friedhof. Wir schaffen das. Wir gewinnen das Spiel noch. Wir werden das Spiel noch drehen. Das Herz der Karten ist bei uns. Sicher. Auf jeden Fall. Nein. Oh, yes. Kein Monster. Okay. Mietoko, beat down. Come at me, bro. Come at me, bro. Bam. Du kannst mir ganz auf jeden Fall... Oh ja. Da doch. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, was du ziehst. Du bist wahrscheinlich wieder ein zweier Beatstick, weil du die dann dauernd ziehst. Nein, die Morikos 100 stärker. Oh, ist das grauenvoll. Hast du da wirklich keinen Funken drin? Nein. Oh, gut. Das ist gut. Yes, yes. Das wird das Spiel drehen. Das wird das Spiel drehen. Du wirst schon sehen. Ist das so? You never had a chance. It's a trap. Wie kannst du nur? Nimm das. Oh nein. Petite Angel ins Gesicht. Na, Fischer, Fischer. Kein Fischer. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Wir haben hier die Beatsticks. Kommt die erste Trap Hole? Nicht. Bist du noch sicher? Hast du noch genügend... Hast du drei Dark Holes gesettet? Klar. Oh, das wäre so schlecht. Das wäre so schlecht. Nein. Das ist kein Monster. Nein, Dunkelgrau. Wie kannst du mir das nur antun? Okay, Leute. Das war unser Spiel mit Volume 1 Booster. Wie ihr seht, hat mich ein Dark Magician gespielt, der die ganze Zeit in meiner Hand war. Den ich nicht beschwören konnte. Was hat es da gesettet da hinten? Ja, nochmal Reißzähne. Du hast aber meinen Silberfang... Gekillt? Ja. Dann noch eine Fallgrube, eine rote Medizin und noch ein schwarzes Loch. Die Fallgrube wolltest du nicht aktivieren, ne? Nein. Gott, du hattest eine glückliche Hand mit deinen guten Draws. Wir sehen uns dann morgen bei dem Awesome Deck Profile von diesen Superdecks. Ja, das war es erstmal mit uns von hier. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gibt es zukünftig vielleicht noch mehr davon. Bis dahin. Tschüssi.